Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video beim Simson Doktor. Ja, so was braucht niemand, denn das Moped hier sieht leider nicht mehr so gut aus, denn es gab hier eine Kaltverformung. Also es handelt sich hier um eine Simson Schwalbe KR 51-2 im Second Ride Elektroumbau. Hier seht ihr den Elektromotor. Hier war der Akku, der steht jetzt da hinten. Aber ja, da ist jemand mit der Power des Elektroantriebs nicht ganz klar gekommen und da gab es einen Crash. Ja, wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze hier zeigt und was nun zu tun ist. Ich bin gerade schon dabei, hier hinten die Verkleidung abzubauen, denn, um es schon mal vorweg zu nehmen, es ging auf den Rahmen und der ist jetzt leider so nicht mehr benutzbar. Schaut euch mal hier an, hier oben. Ja, da sieht es ja noch relativ gerade aus, aber wenn wir den Lenker jetzt so gerade halten und hier nach unten schauen, wow, da wird es richtig krumm. Also, das Moped hier hat es vorne rechts komplett erwischt, ist wo dagegen gefahren und hier ist eben alles krumm. Also, schauen wir es nochmal von unten an. Seht ihr hier, da ist alles krumm. Ich kann es gar nicht loslassen, denn sonst wandert sofort hier der Lenker nach links rüber. Also, hier ungefähr war der Einschlag. Und ja, die Teile hat es alle verschoben. Ich werde jetzt erstmal die Karosserie zerlegen und dann sichten, wie es aussieht. Aber wahrscheinlich sieht es nicht gut aus und ich habe mit dem Eigentümer auch schon besprochen, dass wir hier einen neuen Rahmen besorgen und im Endeffekt ein Spendermoped und dann alles umbauen. Ja, das wird eine Menge Arbeit, aber ja, geht leider nicht anders. Wenn es so einen Unfallschaden gibt, ist das der Weg, um das Moped wieder auf die Straße zu kriegen, denn der Umbau hier wurde kürzlich erst gemacht. Das Moped hat noch kaum Kilometer gesehen und dementsprechend bauen wir das jetzt einfach um. Ja, so viel für heute eigentlich schon. Eigentlich nur eine ganz kurze Sache, denn ja, was soll man sagen? Unfall ist immer blöd, aber man kann es reparieren. Also, der vordere Kotflügel, der wird wohl verschrottet werden, aber ich habe schon einen neuen besorgt. Die restlichen Teile kann man alle wieder verwenden und die werden eben auf einen anderen Rahmen umgebaut. Macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal!